Mitte März wurde der unfassbare Fall einer 16-jährigen Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern bekannt, die aus der Schule von der Polizei rausgenommen worden ist. Zuvor hatte sie Schlumpfvideos in TikTok hochgeladen und das gefiel dem Schulleiter nicht und er hat sie daraufhin angezeigt. Deshalb kam die Polizei und dieser ganze Einsatz wurde von den ganzen Schulkameraden eben auch mit angesehen. Das heißt, das Ganze war eine erhebliche psychologische Belastung für dieses Mädchen. In den alternativen Medien, also YouTube, Facebook etc. hat man sich sofort auf die Seite dieses Mädchens gestellt, weil man hat einfach die Maßlosigkeit der Maßnahme erkannt und hat gesagt, das Ganze ist doch völlig übertrieben, man kann nicht so miteinander 16-Jährigen umgehen und sie außerdem in einer Situation des unglaublichen psychologischen Druckes eigentlich so lassen. Die ganze Schule hat wohl gedacht, ja, was hat sie wohl Schlimmes getan? Das Mädchen hat sich tatsächlich sehr kämpferisch, sehr stark gezeigt, aber sie hat auch tatsächlich gesagt, ja, das Ganze sei für sie und ihre Familie eine riesige Belastung. Sie äußerte sich in einer ganzen Reihe von Interviews, darunter auch in der Jungen Freiheit. Nun führte das Ganze zu einer Debatte im Landtag und es kam dann zu Untersuchungen und so weiter und nun haben wir auch ein Ergebnis des Bildungsministeriums. Das Bildungsministerium sagt, dieser Polizeieinsatz war völlig unnötig. Das heißt, wir haben jetzt gewissermaßen eine Entlastung der Schülerin. Ich lese hier kurz die Nachricht aus der Bild-Zeitung, die das jetzt gerade gebracht hat. Und zwar wegen TikTok-Post einer 16-Jährigen alarmierte ein Schulleiter aus Mecklenburg-Vorpommern im Februar die Polizei. Drei Beamte führten das Mädchen aus dem Unterricht ab. Jetzt stellt das Bildungsministerium klar, dass in einem solchen Fall nur eine Meldung per Meldebogen angezeigt ist. Heißt, der Polizeieinsatz war überzogen. Aber überlegen Sie erst mal, wir haben jetzt Ende Mai. Das Ganze lief also über Monate. Ja, und in dieser Zeit war diese Anspannung, muss riesig gewesen sein, ja, dass dieser ganze Klima der Verdächtigung in der Schule muss enorm sein. Denn die Mainstream-Medien wollten dieses Mädchen so richtig auch in die Pfanne hauen. Also selbst Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die normalerweise recht zurückhalten über solche Sachen, berichten, weil die zunächst mal den ganzen Sachen misstrauen, selbst die haben teilgenommen an dieser ganzen Hetzjagd gegen diese 16-jährigen Schülerin. Also das hält man eigentlich nicht für möglich. Das Ganze ist wirklich, ja, psychopathisch eigentlich, ja. Also man wollte dieses Mädchen richtig fertig machen, in die Pfanne hauen. Also sowas ist hier möglich. Also das hält man, also das ist einfach schrecklich, was da los ist, was da passiert ist. Nun, okay, immerhin hat sich jetzt das Bildungsministerium geäußert und das Ganze ist eben, ja, hoffentlich erledigt. Mal sehen, ob es eine Entschuldigung gibt oder eine gewisse Entschädigung gibt, ja. Ob manche Medien eigentlich tatsächlich sagen, okay, vielleicht müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn dieses Psychopathische erleben wir jetzt auch gerade zum Beispiel mit diesem Gegröle da in Sylt. Also mit welcher Lust, ja, mit welcher Wonde man daran geht, diese Leute jetzt völlig fertig zu machen, ja, anzuprangern, ja, verurteilen, ja. Also die Bilder von ihnen zu veröffentlichen, die Namen, wo sie arbeiten. Also man will diese Leute richtig fertig machen. Also das ist wirklich eine Art von Sadismus, ein öffentlicher Sadismus, den man hier erlebt, ja, der einfach unglaublich ist, ja. Also es ist unfassbar, in welchem geistigen Zustand sich Teile der deutschen Öffentlichkeit und Teile der deutschen Medien befinden, dass sie eben mit dieser Lust Leute eben so kaputt machen wollen. Und zwar diese Leute. Denn so eine Reaktion hat man zum Beispiel nach den Kalifatsdemos nicht gesehen, nach diesen ganzen linksextremistischen Krawallen an der Humboldt-Universität hat man auch nicht gesehen. Also hier sind Leute, die haben wirklich psychologische Probleme und die sollten tatsächlich sich behandeln lassen. Ja, dass man mit so einer Wonne eigentlich Leute, und in diesem Falle war das ein 16-jähriges Mädchen, eine Schülerin, dass man Leute so kaputt machen will. Also das Ganze ist wirklich unglaublich. Ob das irgendwann mal ein Ende hat, ich weiß es nicht. Offensichtlich gibt es eine morbide Lust nach dem Menschen eben zu zerstören, in einem gewissen Teil der Öffentlichkeit, der Medien. Ja, ich meine, das wird sich nicht ändern. Denn aber immerhin war es damals so, dass die ganzen alternativen Medien, also zum Beispiel YouTube etc. habe ich schon gesagt, die haben sofort erkannt, hier ist eine totale Maßlosigkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass man darüber spricht, dass man das verbreitet. Ich leite auch eine Aktion, die heißt Kinder in Gefahr. Bitte unterstützen Sie diese Aktion. Da ist ein Link in der Beschreibung. Denn es ist wichtig, dass wir uns auf die Seite von diesen Leuten stellen. In dem Fall ist das hier diese 16-jährige Schülerin, damit sie da nicht alleine stehen gegenüber diesen Massenmedien, die sich eben gerne an solchen Hetzjagden beteiligen.